Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und ganz herzlich willkommen! Wir werden uns heute über primäre, sekundäre und tertiäre Alkohole unterhalten. Kleine Wiederholung Sicher erinnert ihr euch noch an die Alkohole. Man erhält Alkohole, indem man ein Wasserstoffatom eines Alkanmoleküls gegen die Hydroxygruppe OH austauscht. Mit zunehmender Anzahl an Kohlenstoffatomen erhält man Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol und so weiter. Isomerie Schaut euch einmal die Moleküle dieser Alkohole an. Methanol stellt nichts Besonderes dar. Seine Moleküle besitzen ein einziges Kohlenstoffatom. An diesen ist die Hydroxygruppe befestigt. Auch beim Ethanol spielt die Stellung von OH keine Rolle. Denn es ist ganz gleich, wo die Gruppe sitzt. Vorn und hinten gibt es nicht. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.